Hey Lars, oh man, du wirst es nicht glauben, ich bin gerade unten an den Dogs in so einer Hafenkneipe und ich habe eine wunderschöne Frau kennengelernt. Sie sagte, sie steht auf Kerle wie mich. Äh, okay, ähm, ist sie, ist sie fett? Nein, sie ist rank und schlank. Hast du ihr Geld gegeben? Ja. Dann ist es eine Nutte. Das heißt, sie liebt mich nicht wirklich? Nein, du verdammter Idiot. Und außerdem geht man nicht in eine Hafenkneipe, um eine Frau abzuschleppen. Ach ja? Und wo soll ich dann die Liebe meines Lebens kennenlernen? Bloodcouch.com Ganz entspannt verlieben. Jetzt kostenlos anmelden. Für alle ab 18. Hi, ja, kurzer Kommen zu dem, was ihr gerade gesehen habt. Ja, das war sehr kurz. Und ja, richtig gesehen, das war ein Werbesort, für den wir auch bezahlt wurden. Also von irgendwas müssen wir auch leben. Seentake macht Auftragsproduktion nebenbei. Wir waren lange im Überlegen, ob wir das hochladen sollen oder nicht. Und haben uns letztens dazu entschlossen, das tatsächlich auf unserem Kanal zu laden, weil es auch ein bisschen witzig ist und mit Lars und Dan zu tun hat. Und ja, wir wollten mal wissen, was ihr davon haltet. Sollten wir in Zukunft öfter mal solche Dinge hochladen, wenn wir Auftragsproduktionen haben, die lustig sind und irgendwie zu unserem Kanal passen? Wenn ja, schreibt es in die Comments. Ja, und für alle, die es jetzt nicht so toll fanden, wir machen es wieder gut. Und zwar gibt es diese Woche nochmal ein kleines Extra. Hat weder was mit Lars und Dan zu tun, noch was mit Tom's Tutorial. Ist ein anderes Video. Okay, viel Spaß und bis die Tage.